Was möchten wir auf der Ideen-Expo vermitteln? Ich glaube, als allererstes, was wir vermitteln wollen, ist Spaß. Ich glaube, dass heutzutage, gerade auch für junge Leute, der Spaß lange auf der Strecke geblieben ist. Die letzten drei Jahre waren, was das anbelangt, eine sehr, sehr schwere Zeit für junge Leute, sich selber zu finden, herauszufinden, wo sind die eigenen Stärken und Interessen. Und die Edeka Minden Hannover hat davon eine Menge zu bieten und ist ganz klar deswegen auch hier auf der Ideen-Expo 2022. Ja, wir haben hier ein kleines Geschicklichkeitsspiel aufgebaut. Wir wollen im Prinzip mit der Stange, die hier vorne an der Gabel montiert ist, wollen wir einfach mal gucken, wie so die Handhabung damit ist und müssen die Stange in ein vorgegebenes Ziel befördern. Und da ist es natürlich auch immer schön hier auf der Ideen-Expo, dass man das zum Anfassen machen kann, dass die Jugendlichen was erleben können und dort Logistik näher bringen. Also mein Eindruck vom Publikum heute ist, die Schüler sind sehr interessiert an der Sache, da wir auch ein sehr vielschichtiges Ausbildungsangebot haben. Ja, mein Lieblingsausstellungsstück hier war bisher der Fahrsimulator, weil ich ja selber dran schraube und es macht schon Spaß. Ich bin heute hier auf der Ideen-Expo, weil Ausbildung ganz wichtig ist. Gerade wenn man Handwerk und Industrie sieht, beide Sachen kommen bei Schäfers zusammen und darum stehe ich auch für Schäfers hier, weil wir eben beide Seiten zeigen wollen. Ja, wir haben heute schöne Mürbeteich-Herzchen verziert. Man muss schon ein bisschen Affinität zur Gestaltung haben, um in der Konditorei diese schönen Produkte zu gestalten. Wir möchten gerne die IT greifbar machen, sodass man IT erleben kann. Ganz plastisch ausgeprägt eben jetzt hier am Stand mit dem Easy Shopper. Der Easy Shopper ist der digitale Einkaufswagen der Zukunft. Die ganzen Produkte, die man dort scannen kann, müssen natürlich einem Warenwirtschaftssystem bekannt sein, wo man das entsprechend hinterlegen kann, scannen kann und dann auch verarbeiten kann. So wird IT sichtbar und das möchten wir hier einfach demonstrieren. Man sieht immer die Einzelhandelsfilialen, die Logistik, aber das Ganze wird zusammengehalten durch eine riesen IT-Landschaft. Da sprechen wir über 5.000 Wagen, die im Einsatz sind, über 8.000 PCs und Notebooks. Da stehen hunderte Server dahinter, die diese Dienstleistungen bereitstellen. Und das wird eben betrieben von der EDEKA MINT Hannover IT-Service. Also in der Wahrnehmung der jungen Leute ist es ja leider Gottes so, dass man eben denkt, Lebensmitteleinzelhandel ist alles andere, bloß nicht irgendwie cool, fresh oder in irgendeiner Art und Weise. So, dass sie sich damit identifizieren. Und genau das ist die EDEKA ja genau doch, auch wenn man es will, auch wenn man im Lebensmitteleinzelhandel ist. Dort arbeitet man auch am iPad. Das sind alles Dinge, die auch im Lebensmittelhandel komplett angekommen sind. Man wird immer digitaler. Was kann man im Talented Truck erleben? Ich glaube, das Allercoolste ist im Endeffekt, dass man das, was man normalerweise in einer Ausbildung analog macht, macht man hier digital und innovativ. Du bist gefragt, dein Einsatz ist gefordert, deine Kreativität. Sei es an der Frischetheke, dass du selber mal in die Rolle eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin schlüpfen kannst, um eben Leute bei dir einkaufen zu lassen. Das 4D-Kino, das ist schon richtig cool. Und ich kann nur eins sagen, die Fahrt lohnt. Wir haben 270 Quadratmeter Standfläche. Wir sind an den neun Tagen weit über 60 verschiedene Mitarbeiter, die hier vor Ort sind. Wir haben inzwischen deutlich mehr als 5000 Bananen für die Tage eingeplant, über 10.000 Giveaways. Insgesamt kommt der Edeka-Stand total positiv an. Ich habe schon vermerkt gehört, dass das hier rumspricht, was wir hier vor Ort machen, dass der Talented Truck immer wieder in aller Munde ist. Und die Schüler warten hier teilweise wirklich eine halbe Stunde länger, um in den verschiedenen Stationen teilzunehmen. und man muss sagen, also hier ist so viel los, dass wir sehr glücklich sind, auch hier zuvor zu sein.